Die zweite Bundesliga 22-23 ist beendet und auch hier gibt es mein Team der Saison. Einfach auf welcher Position wer am besten performt hat und ich würde sagen wir starten direkt rein. Ich habe mich für ein 4-4-2 System entschieden und im Tor gab es für mich eigentlich drei Optionen, die eigentlich allesamt auf Augenhöhe waren, so mehr oder weniger mit Heuer Fernandes, Ron Robert Sieler und Schuhin von Darmstadt. Letztendlich habe ich mich dann für Heuer Fernandes entschieden, weil er einfach meiner Meinung nach der beste Keyword der drei ist. Rechtsverteidiger ist bei mir jemand, der eigentlich Innenverteidiger spielt, beziehungsweise rechter Innenverteidiger in der Dreierkette, aber auch durchaus Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen könnte. Und zwar Malone von Rostock, also eine durchaus defensiv starke Variante auf der Position rechts hinten, während aber mein linker Verteidiger deutlich höher stehen wird. Als Alternative muss ich hier aber auch noch einen Saljakas nennen, der Grieche, der bei St. Pauli die rechte Schiene auch richtig ordentlich beackert hat. Kommen wir in die Innenverteidigung und da ist es für mich eigentlich echt eindeutig. Und zwar einmal Meinka von Heidenheim auf der rechten Seite und auf der linken Seite Schonlau von Hamburg, die einfach für mich mit großem Abstand die besten Innenverteidiger der Liga sind. Auch beides wichtige Führungsspieler für ihre Klubs im Aufstiegskampf gewesen. Dennoch möchte ich noch von Darmstadt einen Zimmermann nennen, der meiner Meinung nach mehr Applaus verdient, wie jetzt zum Beispiel ein Patrick Pfeiffer. Nicht weil der schlechter war, aber einfach weil er mehr Spiele gemacht hat und auch grundsolide war und jetzt nicht unbedingt durch Tore wie Pfeiffer aufgefallen ist, aber dennoch einfach ein guter Innenverteidiger war. Linker Verteidiger ist wie vorhin angekündigt ein echt Offensivsteiger und zwar ist es Leart Pacarada von St. Pauli. Wird er jetzt dann zu Köln in die Bundesliga wechseln und das zeigt einfach wie gut er ist. Definitiv der beste Linksverteidiger gewesen in der zweiten Liga. Sowohl diese als wahrscheinlich auch letzte Saison. Dennoch erwähne ich hier einen Köhn von Hannover, der auch die linke Schiene richtig stark beackert hat. Viele Torbeteiligungen, da gehen auf jeden Fall auch Props raus. Und auch ein John, der von Hoffenheim an Fürth verliehen war, ist jetzt offensiv nicht so aufgefallen, aber war defensiv echt durchaus stabil und hat eine gute Saison gespielt. Ich habe mich ja für ein 4-4-2 entschieden und zwar spiele ich da mit zwei richtigen Achtern. Zum einen mit Marvin Vanicek, der für mich wirklich einer der besten Spieler der Saison war, hat alle Spiele gemacht und hat letztendlich 10 Tore gemacht und 12 Vorlagen aufweisen können. Das ist einfach herausragend für einen Spieler seiner Position. Generell guter Kreativspieler, extrem wichtig für seine Mannschaft, deshalb hochverdient hier drin. Und neben ihm spielt Ludovic Reis vom HSV, der auch extrem offensiv stark ist und es definitiv meiner Meinung nach verdient hat. Nicht nur zu dieser Saison gesehen, also generell von seinen individuellen Fähigkeiten denke ich mal mit der beste Spieler der Liga. Alternativen wären vor allem die zwei St. Pauli-Spieler Irvine und Hartl, die auch extrem gut waren. Oder ein Benesch von Hamburg kann man hier auch nennen, neben einem Kempe, der bei Darmstadt trotz seines hohen Alters wirklich noch viele Vorlagen liefern konnte. Also ihr merkt, ich habe keinen Sechser genommen, dennoch möchte ich hier Ron Schallenberg von Paderborn als auch Jonas Meffert vom HSV erwähnen, die beide auf der Sechs gute Arbeit geleistet haben, wo es dann aber letztendlich einfach knapp nicht gereicht hat für das Team der Saison. Und auch eine Zehner-Position gibt es ja in meinem System nicht, wo man aber auch zwei Spieler erwähnen muss. Einen vielleicht ein bisschen mehr mit Immanuel Ferrei, der bei Braunschweig bei einem Abstiegskandidaten richtig gute Zahlen vorzuweisen hat. Aber auch Schinter Appelkamp von Düsseldorf ist auch kein schlechter gewesen auf der Zehn. Rechter Flügel war tatsächlich richtig schwer, weil es da keinen wirklich guten gab, beziehungsweise gibt. Letztendlich habe ich einen von links auf rechts gestellt, und zwar Fabian Rehse von Holstein Kiel, dessen Mannschaft jetzt vielleicht nicht die beste Saison gespielt hat, beziehungsweise nicht ganz oben mit. Natürlich war es eine durchaus solide Saison. Er wechselte ja jetzt zur Hertha-Ablöse frei, bleibt der Liga also erhalten, und konnte mit elf Toren und zehn Vorlagen wirklich viele Scorer beisteuern. Und auf der linken Offensivseite ist es für mich auch eine ganz klare Angelegenheit, und zwar Jan Niklas Beste von Heidenheim sind ja letztendlich Meister geworden, und mit zwölf Toren und zwölf Vorlagen führt kein Weg an ihm vorbei in diesem Team. Auch wenn ich noch gerne Muslia von Paderborn erwähnen würde, und vielleicht auch noch einen Baris Atik von Magdeburg. Stürmer Nummer eins von dem Doppelsturm ist ganz klar gesetzt, und das ist natürlich Tim Kleindienst. 25 Tore und sechs Vorlagen, da muss man nicht viel zu sagen, ist absolut verdient hier drin. Und der zweite Stürmer war dann ein bisschen schwerer, aber auch nicht allzu schwer letztendlich, denn da habe ich mich für David Kovnatsky entschieden, mit 14 Toren und neun Vorlagen. Klar, nicht ganz so viele Tore, dennoch war er immer gut in das Spiel involviert, und ist vor allem ein extrem Spielsteigerstürmer. Und das Ganze hat natürlich auch einen Wert, der sich nicht unbedingt in Scorern messen lässt, und deshalb für mich auch verdient als Stürmer im Team der Saison, wechselt er zur nächsten Saison zu Werder Bremen. An Alternativen hätte es aber nicht gemangelt. Man kann natürlich einen Robert Glatzl mit 19 Toren erwähnen, aber wenn man dann schaut, dass er 29 Großchancen vergeben hat, und der nächste in dieser Statistik nur 19 vergeben hat, dann ist es schon so ein Grund, der gegen eine Nominierung spricht. Aber dennoch habe ich ihn jetzt einfach mal kurz erwähnt, ebenso wie Anthony Uccia bei Braunschweig, Steven Skripsky von Holstein Kiel und Schleusner von KSC, die auch allesamt als Stürmer echt gute Zahlen aufweisen konnten. Das war es, also mein Team der Saison aus der zweiten Bundesliga, aus der vergangenen Saison. Lasst mich gerne wissen, wen ihr reingepackt hättet, jemand ganz anderes wie ich, oder seid ihr größtenteils einverstanden, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!